Vor einigen Monaten hatten wir bereits das Outdoor-Smartphone Nomu S20 getestet. Mittlerweile gibt es mit dem Nomu S30 bereits ein Nachfolgemodell mit größerem Display und verbesserter Hardware. Außerdem ist kürzlich das Nomu S30 Mini erschienen, das ebenfalls als sogenanntes Roget Handy für den Außeneinsatz in großer Belastung gedacht ist. Dieses Smartphone ordnet sich technisch ein wenig zwischen den anderen beiden Geräten ein. Denn freundlicherweise hat uns der Hersteller ein Testmuster zur Verfügung gestellt, sodass wir nun auch die Widerstandsfähigkeit des Nomu S30 Mini im Review auf die Probe stellen können.